Hallo, ich habe hier meinen elektrischen Haarschneider und an dem möchte ich euch heute mal demonstrieren, wie man hier die Klinge abmontiert, reinigt und später wieder korrekt installiert. Ich fange damit an, dass ich hier diese beiden Kreuzschlitzschrauben rausdrehe und diese beiden Schrauben halten hier die untere Klinge fest. Und sobald die Schrauben hier entfernt sind, kann man die Klinge dann ganz einfach abnehmen. Und da sehen wir hier schon mal einiges an Haaren und Öl, die hier zusammenkleben und das können wir dann schön reinigen. So, dann hier die obere Klinge, die können wir dann einfach abnehmen und dann können wir hier ein bisschen tiefer ins Gerät hineingucken und da sieht man auch sehr viele Haare, die da drin festkleben und um die herauszukriegen, den kann man zuerst mal mit den Fingern ein bisschen abnehmen. Anschließen sollte man aber am besten nochmal hier mit so einem kleinen Pinsel da alles, was man sieht, herausbürsten. Das geht eigentlich ganz einfach. Also bei mir kam dieser Pinsel auch gleich mit dem Haarschneider mit. Ich bewege hier auch hier diesen Arm ein wenig hin und her, denn dahinter sind dann auch noch mehr Haare versteckt. So und danach mache ich natürlich hier die beiden Klingen sauber. Aber zuerst reibe ich die hier mit so einem Stück Küchentuch ab und danach nehme ich dann aber auch wieder diesen kleinen Pinsel, um dort hier in alle kleinen Ritzen reinzukommen. Und das mache ich hier mit beiden Klingen. So, anschließend können wir dann hier schon wieder mit der Montage beginnen. Wir fangen hier wieder an mit der kleineren Klinge. Da müssen wir auf jeden Fall auf die richtige Orientierung beim Einbau achten. Und zwar muss hier diese scharfe Kante, die muss vom Gerät weg zeigen und natürlich hier auch nach oben. Und sie passt genau so hier rein. Ich zeige euch das mal hier von der Seite. Genau so muss das aussehen. Und dann muss man auch noch auf den richtigen Sitz achten. Hier, ich zeige das hier mal mit meiner Pinzette. Hier an dieser Stelle hier, wo die Klinge das Plastik berührt. Das muss auf jeden Fall genau sitzen. Dort sollte keine Lücke zwischen sein. So, als nächstes installieren wir dann hier die untere Klinge. Da ist natürlich auch die richtige Orientierung wichtig. Und zwar die Seite, die hier vom Gerät weg zeigt, ist hier die mit den vielen Einkerbungen. Und dann haben wir hier natürlich wieder die Schrauben. Und wenn man hier genau sieht, dann sieht man hier, dass die Schrauben ein wenig zu klein sind für die Löcher, die hier in der unteren Klinge vorhanden sind. Und der Sinn des Ganzen ist, dass wir dadurch die korrekte Position der unteren Klinge relativ zur oberen Klinge einstellen können. Dazu kommen wir dann im nächsten Schritt. Wichtig ist im Moment auch, dass wir die Schrauben jetzt noch nicht komplett anziehen. Also wir können sie schon ein wenig festmachen, aber nicht so festmachen, dass wir dadurch dann die untere Klinge nicht mehr bewegen können. Wir wollen auf jeden Fall die untere Klinge noch ein bisschen hin und her bewegen können. So, in dem Fall, dass eure Haarschneidemaschine hier so ein Hebel für die Klingeneinstellung hat, dann sollte man den in diesem Moment ganz nach oben drehen, damit hier der Abstand der Klinge möglichst klein ist. Das ist sehr wichtig, wenn es jetzt darum geht, die Klingene einzustellen. So, nun beginne ich jetzt hier mit der horizontalen Einstellung der beiden Klingen. Und dazu gucke ich hier auf die linken Zähne von beiden Klingen, also von der unteren Klinge und der oberen Klinge. Und dabei ist es wichtig, dass der linke Zahn von der oberen Klinge entweder mit dem linken Zahn hier von der unteren Klinge übereinstimmt oder sogar links sich davon befindet. Auf keinen Fall sollte sich dieser obere Zahn auf der rechts von dem unteren Zahn befinden. Und anschließend mache ich dann hier weiter mit der vertikalen Ausrichtung. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir das korrekt machen, denn wenn das hier falsch ist, dann würde hier Gefahr laufen, dass wir uns beim Benutzen der Maschine hier richtig verletzen. Also hier auf jeden Fall darauf achten, dass das richtig ist. So, und um die Distanz der beiden Klingen zueinander richtig einzustellen, finde ich es am einfachsten, wenn man hier so von der Seite guckt. Und dann sieht man hier genau, dass hier der Abstand genau überall gleich ist. Und der sollte zwischen 0,8 und 1,6 mm betragen. So, und nun, wo wir die Klinge korrekt eingestellt haben, müssen wir jetzt natürlich die beiden Schrauben jetzt wirklich festziehen. Dabei natürlich darauf achten, dass sich die beiden Klingen nicht wieder verschieben und dadurch die Einstellung verloren geht. Und deswegen habe ich hier mit meiner rechten Hand, habe ich hier den Daumen so von hinten gegen die Klingen gedrückt, während ich die Schrauben hier richtig fest anziehe. Und dadurch verschiebt sich die Klinge eigentlich nicht. So, und als letzten Schritt trage ich dann hier noch etwas von diesem Haarschneideröl auf die Klingen auf. Das ist wirklich wichtig, damit die Klingen nicht unscharf werden und damit sie möglichst lange halten. Und das trage ich deswegen jetzt auf und auch jedes Mal, wenn ich die Maschine benutze. Und das geht hier ganz einfach. Man nimmt einfach nur ein wenig Tropfen, also zwei bis drei Tropfen, mache ich hier auf die Klingen, während die Maschine läuft. Und dann verteilt sich das Öl richtig schön gleichmäßig. Und wenn wir hier ein wenig Überschuss haben, dann wische ich den einfach mit einem Küchentuch ab. Und das war es auch schon. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann hinterlasst unten einfach einen Kommentar und vergesst nicht meine anderen YouTube-Videos anzusehen. Und dann wird er noch ein wenig Ausstattet. Awesome. Also, ich packe ich dir keine Ahnung.